Einfach kalt waschen, dann geht es wieder auseinander. Tobi, Minecraft, Mindfighter und Olli. Ihr seid alle tot. Tja, fuck you! Der Mindfighter hat einen GEP. Der Feuermonko! Verdacht! Verbrenne deinen Bruch! Die haben den Tempel, oh Mann. Ich weiß nur, der Feuermonko. Ja! Oh Gott. Wieso gibt es in diesen Bad Wars Folgen, mehr Roleplayers sind ganz fancy? Nimmst du jetzt eigentlich auf? Ja, die Folgen läuft schon. Hi Leute, wir spielen Bad Wars mit Keks und Nappels. Was macht denn der Feuermonkoff, mein Chuck Brown? Alter, die fremst du gar nicht. Ich brauche Bronze für Kuchen in der Mitte. Der Garten-Schlauch, Dinge. Ach, nicht schon wieder die Runde. Ach, die Runde. Aber komm ich bald runter. Ja, will ich auch auf. Ich hab keinen Bock mehr auf Bad Wars. Nein, die eine Runde machen wir jetzt noch. He. Mmmhm, Baba! Hä? Und eins! Ja! Der Feuermongo istsenhaus. He段 résumits questo, oder nein stehen auch der kuchen beim linken die das baulein habe ich mir zu grund selbst szenario das letzte mal lässt sich sehr gestischen zuerst in die mitte gegangen hätten wir jetzt ich wollte die kuchen ja die kuchen interessieren aber klein mich schon ich habe zwei blöcke jung ich kann dir zwei blöcke einsetzen gelb ist schon beim diaz vor ich war direkt auf gelb da wenn wir da sind ich mache es dir gleich ich glaube grübel und pushen zweifel ich an der an der an der capability of the foreman im englischen weil ich das deutsche gar nicht gar nicht wenn ich du im billet zieht gelb hat schon was geht bei euch gerade ab was lachst du mit du im billet zieht die rennen mit protection rum ja hättest du dich nach links gebaut und hättest die diaz geholt stattdessen trägst kuchen in der mitte hätten wir jetzt schon schaden es echt so schau was ist mit dir ich bin nicht schau ich bin suko er hat keine kotletten du hast aber auch keine narbe du hast keine narbe du bastards du bist einfach nur so ein feuer wixler nein ich dachte es funktioniert wenn ich einfach durchlaufe grün ist oh was oh die können boospam ich habe grübel mit einem halben herz gezogen die können nur boospam die gelben deswegen spielen wir nicht betwas auf kopf ey ich hatte ich hatte fünf herzen da kommt grün daher boxt mich viermal ich habe ein halbes herz und ich habe die die an zehn herzen einer mit dem halben gezogen ja das ist weiß einer war manche nenntes hacken anderer nenntes skill wo sind die diaz mit deiner erzelt drin oder wie ne die müssen ne alter alter also wenn das kein skill war dann weiß ich auch nicht was in meinem leben abgeht auf einmal steht grün neben mir nein nein der bogenschütze ja ohne jeden ohne jeden grund ficken mich diese bastard ja wir schmecken die pfeile im kopf Alter was laberst du bitte ja wenn der auf einmal grün neben mir steht und mich anlächelt bevor er mich komplett aus dem leben ballern was soll ich denn so sagen ja vor spiel muss da auch sein oh ja jetzt abfüllen schon so ausdrückt von wo sind eigentlich grün gekommen ja vor gelber bin ja vor gelber bin ich am wenigsten brauche ich nicht grün bin aber vor allem bei mir vor allem in meine wohnung was kann man eigentlich mit gold kaufen ich habe es noch nicht verstanden ja grün muss ich gerade ne nicht ja 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 fucking bacon äh blau kommt zu uns was hat bacon denn bitte für den range krieg 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 ich hab blau gescheucht ja ihr seid baku blaze und nicht bacon baku baku nicht baku was macht mir der olli hier ja olli oder was der gibt so komische hits der gibt so komische hits gerade der ott klar nein ich kann nicht mal den namen lesen ich bin glaube ich echt ein schlechter streamer oder fulltime streamer wenn ich nicht mal den namen lesen kann ja das ding mach ich bin nicht mehr wenn du keinen namen lesen kannst ja das wäre keks voll der krasse gewesen ja es ist nur am namen gescheitert also abfüllen ich sag mal so ich verdiene geld mit twitch wenn ich will ja das müsstest du auch mal mit dem stream ich verdiene an einem tag in 5 minuten mehr als du in 3 stunden twitch verdienst also bitte ja da hatte recht noch ne auch nicht da erst also auch im ersten jahr bei der hause ok oh gott keks ne ich mein bis keks man fulltime streamer wird ok ok nur tobi das äh ja nur tobi wo seid ihr denn ich krieg nie was mit ich bin immer irgendwo am laufen und dann plötzlich ist Krieg bei uns zuhause kommt mir so vor wie wir nicht bei uns zuhause wir haben die Mitte gecleat fast wir haben die Mitte gecleat wir sind grüner wir sind blauer was macht die denn wir haben zwei blaue gekühlt wir haben zwei blaue gekühlt zwei blaue gekühlt danke das ist einer der wohl mich respektet im Gegensatz zu diesem vollidioten in der Mitte da ja bist du jetzt schon so ähm bist du jetzt schon so oh gott ich hab glaube ich ein Problem ich hab 5 Dears dabei und hier sind 3 Leute ich mach schon ich mach schon es wird schon so NEIN NUR TOBI ja gut nur Tobi sind nur Tobi ist im DRG-Klern das ist krass der ist schwul hahaha Geeks das nimmst du zurück da geh rein ich geh rein das ist ein nichtbändiger der hat nichts verdient bei uns in der bändiger Welt das nimmst du trotzdem zurück Geeks wie kann es sein dass jedes Bett noch steht ja weil alles zu krass ist weil wir alle auf Bogen schwitzen weil wir alle krass sind ne Tobi ist scheiße wir sind krass ich höre auf das S-Wort zu benutzen ich hab scheiße gesagt ja ich mach auch das andere das ist keine Beleidigung ähm Jungs glaub wir werden gleich von allen Seiten gepusht ich geh aufs Bett jo gelb schießt auf mich mach das ja aber kannst du knicken der Typ der mich runtergegittet hat hittet auch wie ist auch ich hab einen gelben gemacht der Kraft von hinten kam GELBEN zieh weg ne grün kommt zu uns grün kommt zu uns oh Gott äh oh Gott ich hab ein halbes Herz in der gelben Base ich komm ich komm also warte ich komm nicht gelb und blau kommt auf dich zugelaufen Apfel viel Glück fuck you bacon BACON die ficken sich gegenseitig oh mein Gott blau hab ich nicht gesehen blau kommt von gelb in die Mitte und grün kommt wieder über den Diasporner zu uns ja grün ist irgendwie ein bisschen nervig ja grün ist irgendwie ein bisschen nervig gelb ist tot ich hab gelb rausgenommen rot für den Tod ey ich kann mir vier Hits in der Millisekunde geben ich hab drei Dears ich komm zurück ich komm zurück ich bringe mich nichts aber ich komm zurück ich verstehe ich nicht ich zweifle dass es in der Millisekunde war können wir irgendwas mit drei Dears noch machen? ja äh äh wo hast du die Küste denn? wir können die Respawn-Zeit verkürzen geht das? oh mein Gott ich hab ein Bett aufgebaut und jemanden gekillt da noch ich bin fuck ich bin fucking Jesus so bacon jetzt hab ich dir auch mal einen Reinshit gegeben fuck you das ist BACO Feuer Mongo hör auf zu reden halt die Fresse Ventilator OH GOD ich bin tot was? unser Gartenschlauch ist verreckt? Alter du musst doch du musst doch unsere Wasser versorgen ich mein wir haben hier vor noch einen kleinen Fluch nein bist du gerade runter gesprungen? geglitscht geglitscht sagt er ja gibt gib dir nur einen der in der Luft der in der Luft was reißen kann auf Herr Keks Feuer Mongo oh nice nice comeback Roddy ja gut Junge blau ist einfach zu krasse Crypt wir haben hier keine Chance alle von denen haben alle von denen haben Eisenrüstung ja ich geh auf grün die holt dich Dias in der Mitte damit wir Dias in der Mitte die hast du in der Mitte die hast du in der Mitte die hast du in der Mitte ja mein ich ja mein ich ja ja genau warte mal wenn blau ey 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 lass blau leben ich geh jetzt aufs blaues Bett ja ich bin jetzt grad mit blau bei grün ja Link lass ach nee nee ja jetzt sind beide zu oh gott ich bin bei ich hab mich eingebaut bei grün haben die dich gesehen nein du konntest mal hinten nein komm jetzt ran oh haben sie ich weiß nicht ich sneak hier mit drin wenn nicht komm ich jetzt rüber zu dir und helf dir ich weiß nicht ich steh mitten in dir am Weg ich bin allein bei blau Gott ich komm zu blau was ist zu blau nein ich geh jetzt ah ich geh jetzt im Wasser NEIN ok ich komm zu dir Tobi hat dir was an NEIN jetzt sehe ich nichts an ich bin zu dir ich bin oben 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 ich bin bei grün ich bin bei grün auf dem Dach ich dachte du bist tot ich bin bei grün auf dem Dach Hilfe sie KOMMT ich hab hier runter geworfen blau push mich jungs Hilfe Wir haben dir ein Betting gebaut Kicks, wir können nicht auf beide pushen. Nein, die kommen hoch, ich habe nicht mehr so viele Blöcke. Was ist das denn? Ein grüner Halt. Oh, dann bist du hier. Gott, wo bist du? Ich bin die ganze Session hier oben, wo bist du denn jetzt? Ich bin auf der Rückseite von ihrem Haus und baue mich jetzt gerade rüber. Oh Gott, Banken kommt hoch, Banken kommt hoch. Banken kommt hoch, Banken. Banken kommt hoch, Banken kommt hoch. Banken kommt hoch, Banken kommt hoch, Banken. Nein, ich habe mich gesehen. Nein, ich habe mich gesehen. Nein, aber ich bin gut. Wer kommt zu uns? Keiner hat ihn unten. Oh. Ich habe mich auf der Rückseite von ihrem Haus hoch gebaut. Wir haben echt Spaß. Auf der Rückseite kannst du nicht mehr rein, das ging damals aber. Ja, ich wollte mich bloß von der Rückseite nach vorne schleichen. Haben wir zwei Dias in der Base? Keine Ahnung. Ähm, ne. Gut, ich hole mal kurz nochmal wegen, da haben wir vielleicht erst statt zwei. Nee. Gib mir, gib mir nicht. Blau kommt. Ja, blau kommt, blau. Blau kommt auch manchmal nicht. Oh Gott, ich habe mein Handy auf dem PC geworfen. Was ist dein Handy auf dem PC geworfen? Kann das passieren? Wie ist denn das? Wie ist denn das? Wie ist denn das? Alter, wie ich hier in der Luft den Fein hingegeben habe. Wie geil, wie geil das war. Oh mein Gott, das war... Mann, ich hätte auf jeden Fall das war wunderschön. Also ich habe es aus meiner Sicht... LOL. Da kam gerade von unten ein Feuerball hochgeschossen. Der war von grün. Alter, wie geil das auch sah von mir aus schon. Oh mein Gott, das war's gut, Odi. Abzweck kannst du mal kurz gucken... Ah, du gehst ja auch, Odi. Ich guck kurz wie tollbrot zwei ist und dann... Zwölf. Odi, willst du nicht endlich mal Iron Armor kaufen? Ich habe einzelne Armor. Odi, die kommt da in die Mitte. Einer von oben, einer von unten. Egal. Egal. Da hinten, bin selbst runtergesprungen. Ist er noch da? Echt? Hallo? Dein Ernst? Hallo? Hallo? Odi? Ja, hallo? Hört ihr mich? Ja, ja. Da kommt einer zu uns. Über die Deer-Spawner. Ey, hört! Was ist passiert? Was ist passiert? Ja, wir hören nicht! Ja, aber plötzlich kommt der Verdacht, du bist noch da? Und dann hat einfach gar keine Reaktion mehr auf egal, was ich gesagt habe. Da kommt einer über die Deer-Spawner. Ja, über welchen? Wir haben zwei! Der war bei einem grünen! Bei einem grünen Deer-Spawner. Ich bin auf den Dach von denen! Ich bin auf den Dach von denen! Wie kommst du schon wieder auf das Dach? Ach, ich sehe Ab... Apfel, da braucht sich einer hoch zu dir! Ich sehe! Apfel, komm dich wieder retten! Oh Gott! Du musst nur... Du musst nur lang genug da oben überleben! Roti, du kannst hier wenn du... Ah, hast du schon, okay. Ah, danke. Er blau baut sich zu uns! Apfel, du musst sterben! Apfel, du musst sterben! Ich bin auf den Baum! Wie, ich muss sterben! Wie viel kostet ein Feuerball? Apfel, 40! Apfel, 40! Apfel! Schieß den runter, schieß den runter! Nein! Da war ein Pixel! Das war ein Pixel! Das ist das Spiel! Oh Gott! Apfel, unser Bett wird bombardiert! Ja! Was soll ich denn dafür?! John! Oh Gott! Ich muss das einbauen! Wir müssen wieder aufbauen! Apfel, bauen auf! Wir gegen Krieg führen! Nachdem ich bin nicht weg! Ich muss noch duschen! Ja! Ist der Feuerball endlich weg! Wir haben einen Weg! Er kann der Ventilator aus, um mich zuzublasen! Und er... Ich glaube, ich bin hier bei grün! Beide? Alle drei? Was alle drei? Nein, einer! Fuck! Einer! Weil dann glaube ich, dass einer von unserem Loch ist! Hä? Ich weiß es nicht! Wir haben keine Angst! Ich darf! Ich fahr so schnell an, wie es geht! Okay, alle Schwachstellen im Holz! Mach, mach, mach! Nein! Nein! Der ist nicht drin! Ich konnte nichts mehr machen! Nein! Wieder kommt keiner! Ich glaube, ich geh! Ich geh! Ich geh! Ich geh in den Krieg! Ich komm! Wir sind tot! Ich hab... Ich hab das Schwerd frei gehabt! Ah, die haben Schab 2 und 3! Ne, die sind Hufensilne! Was? Wir sind tot tot! Alter, das ist tot! Die haben Dierschwert! Der hat Schab 2 Dierschwert! Jungs! Ich geh aus! Jaaaaa! Alter! Wir... Wie kann man dir ein Schwert kaufen? Guck dir auf! Äh, Gold! 5 Gold! Ich geh rein! Wir werden sowas von einem damit kämpfen! Ja, ich geh rein! Das ist das letzte Mal... Das ist der letzte Tag, in dem wir Apfel gesehen haben! Dann... starb er! Ich geh zur Mitte und baue von oben hier einen Weg ab! Ich hoffe mich fürs Team! Ich darf den Weg nach oben bauen und baue ihn ab! Kicks, wie viel kostet die Rüstung? Warte, äh... Das Dierschwert 5 Gold, die Rüstung 16, also brauchst du 21. Ja! Ich fühl ja gar Krieg! Oh fuck, ja. Das ist alles Krieg! Wir wurden bombardiert, Apfel! Wir wurden bombardiert! Sie sind über dir! Sie sind überall! Sie sind überall! Warte! Er hat einen zurückschlagen! Nein! Mein Tierschwert! Sie haben die Aachen! Sie kommen! Er hat nicht gesagt! Ja, hier ist noch einer! Krieg, krieg, krieg! Ab den anderen, ab den anderen, keiner vom Wunder kam! Der Tobi, keine Ahnung, aber der andere... Ab den, weiter! Nein, da ist noch da unten! Ich hoffe mich! Da ist noch einer! Ich hoffe mich! Ab, ab, ab! Der kommt! Der kommt! Ich bring dich um! Der kommt! Der hat sogar getrunzt! Ich bin drin! Oh! Ich geh los! Was geht bei euch so? Junge, bacon fucked up! Jetzt komm! Ah, danke, dass ich keine Rohstoffe mehr kriege! Ja, ich hab selbst nichts! Sie kommen schon wieder! Wir müssen mal mit in Bronze zurücklegen, Rottie! Sie gehen zu Gelb! Sie gehen über Gelb! Sie wollen sich Rohstoffe bei Gelb holen! Einer ist in der Mitte! Ich stürm durch! Ja! Ich stürm durch! Ich stürm durch zu ihnen! Einer ist in der Mitte! Einer ist nicht da! Einer ist in der Mitte! Einer ist bekehlt! Ich geh durch! Ich geh durch! Kommt! Das machst du! Grün ist weg! Der kommt! Er hat mich zufrieden! Nein! Die haben Gloss und Eisenblöcke eingebaut! Nein! Wir sind tot! Wir sind zu tot! Der Gelb hier kommt! Oh mein Gott! 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 Oh der Killer Move! Über den Sier Spawner bei Gelb! Achtung! Der ist ja so der Killer Move gewesen! Ich hab nichts! Ich kann nichts machen! Bin wieder da! Der hat mit Eisenblöcken Glas angebaut! Achtung! Oh Gott! Unser Bit! Er ist einfach frei! Ja moin! Also ich will mal nicht sagen! Aber es ist ein bisschen Ampelsiales! Dass man die Scheiße spammen kann, ne? Ich bin der Bauer! Aber ich bin der Meisterbauer! Take die out! Ich glaub dass einer über uns das übrigens kriegst! Nein die kommen beide! Beide sind tot! Oh mach Jungs! Oh! Ich guck keiner noch bei Hause! Ich muss das Bett wieder einbauen! Äh Grotti gehen wir zu Gelb rüber! Wenn du Blöcke hast! Ich geh zu Grün! Die waren erst bei Gelb! Die waren erst bei Gelb! Die Blauen! Jungs! Verdrängen hier am Blöcke! Blau kommt wieder! Jungs! Ich sitz auf unserem Dia-Spawnerfest! Ich sitz auf dem Dia-Spawnerfest! Ich sitz auf dem Dia-Spawnerfest! Ich sitz auf dem Dia-Spawnerfest! Nee warte! Blau kommt Apfel! Blau kommt! Alles gut! Es ist alles Fake! Ich bin zurück! Ich hab das Bett nochmal eingebaut! Jungs! Alles war Fake! Ich bin wieder da! Oh Gott, das bist du! Was landet?! Jungs! Wie hattet ihr hier?! Oh! Alter! Gotti! Let's go! Gotti! 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 Ich bin nicht da! Ich bin jetzt wieder da! Ich bin jetzt wieder da! Jungs! Ich dachte du machst den! Aber... Gott dammit! Das ist unser Bett! Fuck! Fuck! Bist du tot! Wir haben Prott Bier! Jungs! Ich mach ich... Wir sehen uns in 100 Jahren Jungs! Ich geh rein! Gott! Ich geh rein! Wir sehen uns in 100 Jahren! Oh Gott! Ich hab ihn! Ja! Aber da kommen alle! Ich hab ihn! Ja! Ich hab mich einfach suiisided! Ich hab da schon keine Chance mehr gesehen! Oh! Ich hab keine Lust mehr! Einfach hab! Ich darf nicht mal scheiß schreiben?! Was soll der Scheiß?! Wir haben einfach gut gespielt! Gut! Dann lass uns einen Like und einen Daumen damit zu gefallen! Schau beim nächsten Mal wieder vorbei! Und schau bei TX vorbei! Und auf Twitch! Und... Tschüss! Tschüss! Tschüss!